Das hier ist der Laden, wo ich mein erstes Rockkonzert gesehen habe, Bad Religion. Da bist du noch mit der Rassel im Weihnachtsbaum getanzt, auch wenn du größer bist als ich, was ich gerade merke. Guten Abend, wir spielen im Luxor am 26.11. Ihr könnt gerne vorbeikommen und ein bisschen Stimmung machen. Doch, mach. Warte. Tag. Wir spielen am 26.11. im Luxor, unser Weihnachtskonzert, kommt vorbei. Jetzt Karten sichern unter tickets at 5.12.net. Vorsicht, der Auto, Hannes. Auto. Ach. Das war scheiße. Was ist hier los? Hössgne, Hössgne. Was ist hier los? 26.11. Weihnachtskonzert, 5.12. 10 Euro, Vorverkauf. Tickets at 5.12.net. Im legendären Luxor. Der Hannes ist auch dabei. Neue gelbe Jacke. Doch, du bist der Gilb. Jetzt drehen wir das mal um hier. Neue. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. In Schaden, 26.11. im Luxor. Yo, peace out. Doch, ich rufe. Ich rufe. Tschüss. Ich rufe. Cyber-sahe. Losi sagt hierarchisch. Vielen Dank.